So, servus ihr Leute, da bin ich schon wieder mit Call of Duty Black Ops 2, die Kampagne, ja, ich weiß, ihr wart auf einer langen Durststrecke, wenn man das Durststrecke nennen kann, ich weiß nicht, wer sich das gerne anguckt, äh, die Motivation für Black Ops 2 war in letzter Zeit ziemlich im Keller, muss ich sagen, weil der OBS, äh, die Aufnahme, beziehungsweise die Cutscenes zum Lecker gebrungen hat, ich weiß nicht warum oder weshalb, auf jeden Fall weiß ich, dass er es gemacht hat, ähm, ich will jetzt gucken, dass ich weiter hier aufnehme, aber wenn die Lecks drin sind, ich weiß jetzt nicht, ob er es nicht macht, weil er hat etliche Updates momentan gekriegt, es ist unglaublich wie viel, aber ich will jetzt echt mal gucken, wie und was jetzt auch steht bei OBS, weil ich weiß jetzt nicht, bringt er die Sache noch zum Lecken und so weiter, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten mal in die Kampagne nennen, und tun die Story fortsetzt, ohne dass du mich dann mute, wenn Story kommt, aber als erstes müssen wir uns hier vorbereiten, äh, die Skorpion, warte 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 warte, oh Ausrüstung, die Skorpion ist die M-Fol, ja das ist ja M-Fol, ja das ist ja M-Fol, die Waffe, okay, ähm, was hab ich denn da bei den erschienen durfte, ach, ach die AK-74-Schuhe, warum ist die nicht im Endgame mit dabei, also im Online-Play, genau wie die MP5, Alter, ich versteh's nicht, das sind so geile, hammergeile Waffen, ich versteh die Situation einfach nicht, gut kult m60 hans keine ahnung was du jetzt alles haben wir uns sogar die erfolge schon freigeschaltet und alles so dessen arm mords viel waffen warum sind du die meiste war für einfach nicht dabei zum beispiel die galle die akv 47 die voll also die ganz normal voll ich verstehe es nicht ich komme einfach nicht dahinter warum denn so hammer geile waffen dabei oder sind das jetzt nur fahrt ist oder passen die waffe ins zukunftsszenario nie mit dazu weil ich weiß die barrett die war ja schon in mw3 mit dabei im online plane so weiter ich weiß es nicht oder du was verformatoren eigentlich doch die 1911 die probing hp und die mark auf die kenne alle dabei sind please alter please nehmen doch die waffen mitte zu alter spezial manueller armbrust armbrust sprung messer das ist glaube ich ballistik messer sprung messer das ist glaube ich auch aus black absents soweit ich das wissen muss hat titus 6 egal wollen wir uns jetzt nicht weiter damit beschäftige ich wollte eigentlich google dass ich durch leichen vordergriff ninsetzt und schalte vielleicht eine magazine erweiterung ist immer gut die p3 20 r machen wir ein schalte genau laser markierer und lange lauf das ist immer gut und mir doch irgendwas neues freigeschaltet ich weiß gar nicht wie long geht und die story von black ops 2 noch weil die geht aber die schlung ziel nehmen sie die raul menendez fest oder raul menendez nicht raul reutiger hund ok ich würd jetzt sagen wir starten ins level und ich stimmig dann muter falls doch ich bedarf ist also wenn cutscenes kommen muss ich noch mal anmerken nehmen wir es nicht bis wenn sie hängen und sowas ich kann echt nichts dazu und in dem sind wir die schätze film ob oder so was haben sie ach so ein scheiß dieses selerium was soll denn das moment man bingo jemand hat die hintertür offen gelassen wenn das netzwerk alle länder leiden unter dem neuen kalten krieg moment new york dc das pentagon shanghai peking hong kong nendes greift amerika und china an so sollen beide supermächte gleichzeitig fallen die daten haben alle das gleiche präfix 6 19 19 oh mein gott 19 juni das ist das ist morgen 19 juni freiheitstag die abschaffung der sklaverei wo ist briggs admiral der angriff ist am 19 sechsten morgen wir müssen sofort in den jemen nein sie müssen dorthin und menendez zur befragung intern ist eine falle sie kontaktieren farid und die jemenitische miliz wir brauchen hilfe admiral das ist eine falle menendez hat uns die ganze zeit getäuscht wenn wir in den jemen gehen ist das genau was er will bereiten sie ihr team vor sie haben zwei stunden interna komm link hergestellt verstanden habe unser bloß vorstrecker funktioniert nicht ein stück als freund nicht möglich also egal was passiert wenn die kugeln fliegen niemals die tarnung aufgeben einfach cool bleiben wir schaffen das gemeinsam wir sind fast fertig wir sind bereit ja die amerikaner kommen es ist ein verräter in unserer mitte aber wie wer das ist egal ich bin im einen schritt voraus kommt es dir hart hat sie erwarten freiheit und soll sie haben die kreis die kreis der vor alle leute wir sammeln uns bei der zitadelle er war weg als die ersten schüsse fielen wenn es weiß ich bin sicher das kannst du nicht wissen ich meine wenn er es wüsste dann wirst du schon dort erwähnt er will mich bei der zitadelle treffen wir dürfen nicht zulassen dass er untertaucht die stadt und stell den kontakt die jemenitischen truppen bist du nur ein weiterer terror ist absoluten notfall an ich bin ein bisschen aus der übung aber nur ein kleines bißchen das wo hier wo hier wo hier ja ich gehe ich mir da drauf wo ich bin da zu was ist warte warte Ich weiß nicht wo ich hin muss, und wir greifen nicht an. Die Mission verwirrt mich. Mir egal, ich renne selbst durch. Ja, soviel zu dem Thema, ich renne durch. ALTER! Wenn ich du getrickt, dann duck dich auch, du Spasti! Ich mich auch gegriff, egal. ALTER! Dat Mission, alter, dat Mission! Kann man bitte den Abschnitt überspringen, da verwirrt man schon mal. Und ich find... Ich weiß nicht, warum ich nie die Story auch gefunden hab in dem verfickten Spiel, alter. Ich schieß nur, wenn's nötig ist. Ich soll nur schießen, wenn's nötig ist. Ich schieß nur, wenn's nötig ist. Da, verreck! So, verreck! Hop, verreck! So, verreck! Mir doch egal, scheiße, verreck! Ach nee! Echt? Hätt ich jetzt nie gewusst spielen. Alter, wohi? Du hinnert irgendwas mit? Intane Aktion. Hallo? Jo. Wo soll ich mich noch verstecken? Wo soll ich mich noch verstecken? V-durchmesser... ...und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe. Okay? Ja! Ja, er bringt mich durch, er bringt mich schon. Ja, er bringt mich durch, er bringt mich durch, er bringt mich durch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kommen! 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 Wo jetzt schon wieder? Geht doch drauf. Ah, ah, ah. Was, 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 wo? Ich komme kein Stück voran. Ich muss Menendez finden. Interaktion mit F. Karit, hast du Menendez gefunden? Negativ. Verdammt, er muss durch die jemenitischen Linien geschlüpft sein. Das ist alles, was wir in der Welt kommen, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Stimmt mal, ihr solltet das mal in der Welt kommen, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Oh, no. Tschüss! Schuh. 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 Lass mich los. Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer war es? Du verschwindest deine Zeit, du verdammte... Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß. Komm schon, mehr hast du nicht drauf? Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Stimmt was nicht, Farid. Und du, du rückratlose Stück Scheiße! Andere, die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt, Farid! Tu es, Mann! Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu erschie... Du hast uns verraten, Farid! Und wofür? Hä? Dein Leben bedeutet deinen Herren! Rein! Gar nicht! Papa? Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt das nicht! Kraken! Linebacker 2! Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel! Das Bild von der Absturzstelle aus mein Hart übertragen! Schwerer Beschuss von den Kirchern! Menendez! Kraken! Wir haben Menendez gesichtet! Näher an uns für Zugriff! Menendez! Dieser Hurensohn will zur Zitadelle! Abtransport arrangieren! Harper muss zurück zu Obama! Warte, 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 warte! Primärsat! Mehrere Eagles abgeschossen! Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an! Kraken! Brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können! Codes werden auf ihre Anzeige geschickt! Drohnen auf Neustziele angestellt! Drohnenzielkontrolle! Manuelle Steuerung aktiviert! Hartfunksysteme aktiviert! Die Strasse ist eine Todeszone! Nach Rechts! Ich übernehme Links! Ahem! Was wir jetzt machen wir? Ohhohohoho! Wollt er mich erschauen! Alles aber professor! Das ist so lächerlich, Alter, das ist so lächerlich. Das ist die dümmste Mission, die ich bis jetzt gerade hab. Ja, 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 ja. Bitte was, bitte was, wo, was, ich seh nichts mehr. Scheiße! Alter, ich stummisch gleich mute und rage richtig rum, Alter. Die dümmste Mission, ey, was? Warum? Alter, komm! Ja, komm, lass mich ruhen, lass mich durch. Das ist so lächerlich. Renn, 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 einfach nur renn, 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 renn. Lokadeposition, brauche Menendez aktuellen Standort. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Was habt ihr? Oh, 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 oh. Ach, du hast ja Spaß hier. Ich bin nur hin und mich gekommen. Ich habe jetzt den Zalaza umgeprungen. Bitte nicht. Ja, ich habe, was Platz geht. Wieso? Oh. Oh. Ah! Uff! Hup! Ah! Uh! Ah! Ach! Ah! Ah! Es kommen Quad-Drohnen. Wir geben den Quad-Drohnen neue Angriffsbefehle. Ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazustoßen. Verstanden. Section Ende. Ja, ist ja gut. Ich gehe schon. Meine Güte. Meine Güte. Aber ich nehme die. Naja, aber ich nehme die. Na, wo fliegt die Dragonfire hier? Dragonfire? Dragonfire, sei Dank. Alter, voll der Dragonfire krieg. Ja. Könnte ich da runter? Könnte ich jetzt runter? Nein, Dämmungsteam. Seid sich ab. Ja, okay. Ja. Hohoho, alter. Wie weit muss ich jetzt wieder spielen? Geht ja noch. Eindämmungsteam, seid sich ab. Geht los. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Weg? Braucht welchen zu dir. turnout die Quantenlimit. Ja, wo wo, wo, wo. Ok, ok. Ist ja guuuuut! Meine Güte! Hä? Wo muss ich n... Hof davon oder was? Mit der Waffe komme ich schon mal besser klar als mit einer ganzen Müllwaffe. Was willst du jetzt? Bleib ich noch? Nee. Oh! Ich wollte gerade... Null Lade. Jetzt habe ich mal Ziele für einmal erfüllt oder was? Sichert ihn! Bestimmt irgendein Faker. Oder er schafft es irgendwie wieder rauszukommen. Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Das war der Rage-lustigste Part überhaupt! Mann! Du kriegst... Du kriegst aber sowas. Du kriegst aber sowas. Du kriegst eine Mission gehen. Aber... Leute, ich würde jetzt mal in dem Sinne sagen... Ähm... Und äh... Lose konstruktive Kritik doch was ich... Äh... Was euch gefallen hat und was nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen... Bleib freakisch! Und... Servus! Bleib. Bleib.